Wie investieren im Jahr 2023 eigentlich die Superreichen ihr Geld und viel wichtiger, was kannst du dabei abschauen? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Vermögensfabrik. Ich bin es Matthias und wir schauen uns mal gemeinsam an, wie die Superreichen in diesem Jahr eigentlich ihr Geld anlegen und vor allem auch, was sie in den nächsten Monaten planen damit zu tun. Ich bin da auf eine Studie oder Erhebung von Goldman Sachs gestoßen, die ich gerne mit dir teilen möchte und ich schlage vor, dass wir direkt mal in das Paper einsteigen. Wir sind jetzt hier in dem Report von Goldman Sachs. Eyes on the Horizon heißt das ganze Paper und dort stellen sie jetzt die wesentlichen Punkte aus ihrer Befragung vor und wir gehen jetzt mal nach und nach durch. Wie gesagt, ich verlinke alles auch unten in der Videobeschreibung. Wir gehen hier mal die Highlights durch. Wer wurde hier überhaupt befragt? Das sind vor allem Family Offices, die sehr, sehr viel Vermögen mitbringen. Man sieht das hier unten, wie das aufgeteilt ist. Die meisten haben zwischen einer und fünf Milliarden Euro, die sie verwalten und Family Offices sind so strukturiert, dass sie eben auch sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse der Familien eingehen, die sie hier betreuen. Was ist die Zusammenfassung? Die würde ich mal überspringen, weil wir jetzt sowieso im Detail auf die einzelnen Punkte eingehen werden. Und das Wichtigste und für euch wahrscheinlich am spannendsten ist, wie wird das Vermögen überhaupt aufgeteilt? Ihr seht hier auf der linken Seite das Jahr 2021, als diese Befragung auch durchgeführt wurde und auf der rechten Seite die Verteilung im Jahr 2023. Und wir starten hier mit den Public Market Equities. Das sind also Aktien. Da ist der Anteil leicht gesunken. Das kann aber auch damit zu tun haben, dass einfach die Bewertungen der Aktien runtergegangen sind, also dass die Große etwas gefallen sind und dadurch im Gesamtportfolio gar nicht mehr so eine große Rolle einnehmen. Der wohl wichtigste Änderungspunkt ist der hier, nämlich das Cash und Fixed Income. Das wurde hier zusammengefasst, weil das eh keinen Unterschied machte, ob wir jetzt in kurz- oder mittelfristige, langfristige Papiere investieren, weil alle eigentlich gar keine Zinsen abgeworfen haben. Das hat sich jetzt aber verändert. Zukünftig werden 3% mehr in Cash und Fixed Income investiert, 12% in Cash und 10% in Fixed Income. Und vor dem Hintergrund, dass die Kurse ja schon deutlich gefallen sind in den letzten zwei Jahren, kann man also davon ausgehen, dass hier schon einiges an zusätzlichen Geldern investiert wurde. Ich hoffe, dir gefällt das Video bis hierhin. Ich möchte dich fragen, du bist ja hier auf dem Kanal der Vermögensfabrik. Weißt du eigentlich, wie deine eigene Vermögensfabrik aussieht? Wir haben ja dieses Konzept ins Leben gerufen, um dir ein ganz anschauliches Bild deines Vermögens auch zu bieten. Und mit dem neuen Vermögensplaner haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass diese Vermögensfabriken alle zum Leben erweckt werden können. Du kannst auf der Website einfach ein paar Daten eingeben und dann kalkulieren wir für dich deine eigene Vermögensstruktur in Form einer Vermögensfabrik. Du kannst dir also alle vier Tore einer Vermögensfabrik darstellen lassen. Wie viel solltest du für deine Sparziele investieren, für deine eiserne Reserve, für deinen Wohnensatz, Aktien, Anleihen, Geldmarkt, ETFs beispielsweise. All das findest du in dem neuen Vermögensplaner der Vermögensfabrik. Wir haben es wahrscheinlich auch unterhalb des Videos verlinkt oder in der Videobeschreibung. Schau also gerne mal vorbei und jetzt viel Spaß noch mit dem Video. Wie wird das hier aufgeteilt? 10% in Anleihen wird aufgeteilt in 4% Staatsanleihen, 4% Unternehmensanleihen und 2% Hochzinsanleihen. Also 40-40-20 ist hier die Portfolioaufteilung für die Anleihen. Hier also sehr, sehr spannend zu sehen, dass das Anleihe-Thema auch bei den Superreichen wieder stärker an Relevanz gewinnt und gemeinsam mit den Cashreserven fast ein Viertel des Gesamtportfolios ausmacht. Der nächste sehr, sehr große Block, nämlich 44 bzw. damals 45% sind die alternativen Investments. Vor kurzem haben wir erst alle Anlageklassen aufgezeigt, die es so gibt. Kannst du dir gerne mal in dem Video hier nochmal anschauen. Da war eben das Thema alternativen Investments ebenfalls ein sehr, sehr wichtiges Thema. Hier wird es aufgeteilt in Private Equity, Immobilien, Hedgefonds und Private Credit. Das ist eine kleinere Asset-Klasse. Commodities haben wir bei dem letzten Video auch mit zu den alternativen Investments gezählt. Wurde hier nicht mit reingenommen. Macht aber auch bei den großen und reichen eh nur einen ganz, ganz kleinen Anteil aus. So, und was man hier sieht, der alternative Anlagebereich nimmt 26% für Private Equity ein. Und hier Buyout, Growth und Venture Capital. Buyout einfach das größte Segment. Venture Capital, also Startups, ein etwas kleineres Segment. Da auch sehr, sehr risikoreich sozusagen. Was man hier aber sehen kann, das ist relativ unverändert. Aber Real Estate und Infrastruktur, also Immobilien- und Infrastrukturinvestments, haben nochmal etwas abgenommen. Und ansonsten ist es relativ gleich geblieben. Die größten Änderungen sind also etwas weniger Aktien, etwas weniger Immobilien, dafür aber mehr Anleihen. Gehen wir mal weiter. Was ist hier noch spannend? Das ist die Asset-Allokation, die wir uns gerade angeschaut haben, aber nach Region aufgeteilt. Da summen wir mal etwas stärker ran, nämlich auf die europäische Spalte und das ist die dritte hier. Und da sieht man, dass wir im Vergleich zumindest oder die Family Offices in Europa sehr aktienlastig unterwegs sind und dafür aber weniger in Fixed Income, also weniger Anleihen aktuell nutzen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Zinsniveau hier noch nicht so hoch ist, wie beispielsweise in Asien oder in Amerika. Aber trotzdem sehr, sehr deutlich ausgeprägt hier der Anteil an Aktien. Was ist hier sonst noch auffällig im Vergleich? Ja, im Vergleich zu Amerika haben wir etwas weniger Immobilienquote, aber das ist jetzt gar nicht so auffällig. Auch hier könnte man sagen, mehr Aktien, dafür weniger Fixed Income. Insgesamt haben wir ja eben gesehen, ist das genau der entgegengesetzte Trend global, nämlich dass man Aktien eher etwas abbaut und dafür Anleihen hochsetzt. So, gehen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Das möchte man ändern, auch das ist natürlich interessant zu sehen und da kann man zumindest festhalten, ich würde mal annehmen, dass es in jeder Befragung so aussieht, dass man bestimmte Assetklassen immer ausbauen möchte. Ja, das sieht man hier in dem hellblauen Balken. Manche aber auch eher beibehalten möchte. Die großen Treiber sind hier, man möchte Cash einfach abbauen. Ja, das sieht man hier. 35% sagen, dass man Cash abbauen möchte. Wo möchte man es investieren? Vor allem in Aktien, Anleihen und auf Private Equity. Das sind so die drei großen Blocks. Ich glaube, das ist total verständlich, weil man hier einfach gemäß dem Risikoprofil Cash jetzt abbauen möchte und dafür zukünftig einfach Rendite erhalten will. So, was gibt es sonst noch zu sagen? Über die geografische Allokation gehe ich mal hinweg. Wir sollten uns sowieso bei Anleihen uns auf Europa oder auf Euro-Anleihen fokussieren und bei den Aktien weltweit streuen. Aber worauf ich hier noch eingehen möchte, ist das ganze Thema thematischer Fokus. Denn das wird dir auch immer mehr begegnen in den nächsten Jahren. Warum? Weil die Asset Manager und die ETF-Anbieter Wachstumspotenzial erschließen möchten und da ist das ganze Thema Themen-ETFs oder thematische Investitionen immer wichtiger. Und da möchte ich dir mal zeigen, was sozusagen den Reichen hier gezeigt wird. Einmal Technologie und davon ein Bestandteil ist das ganze Thema Kryptowährungen. Da ganz interessant wurde gefragt, warum investieren sie in Kryptowährungen? Und da sieht man, dass der primäre Fokus eine Überzeugung ist. Eine Überzeugung in die Blockchain-Technologie und an zweiter Stelle aber schon abgeschlagen das Thema Diversifikation. Wenn du in Kryptowährungen investierst, dann tue es aus Überzeugung, aber weniger vielleicht aus Rendite-Perspektive, zumindest kurzfristig. Zumindest tun das die Superreichen so. Der größte Teil investiert aber nicht in Kryptowährungen. Aber kommen wir nochmal zurück auf das Thema thematisches Investieren. Da wird natürlich auch über KI-Aktien gesprochen. Ja, das ist analog zum Thema Blockchain. Aber was hier auch auf die Agenda kommt immer wieder, ist das Thema Gesundheit, Gesundheitswesen. Das wird gespielt und das Thema ESG bzw. nachhaltiges Investieren. Bei dem nachhaltigen Investieren würde ich empfehlen, dass man auch das genau wie bei Kryptowährungen aus Überzeugung tut und nicht unbedingt aus Rendite-Gesichtspunkten. Denn da ist sich die Wissenschaft nicht ganz einig, ob das jetzt was bringt oder nicht, weil das auch über die Zeit sich verändert. Ansonsten grundsätzlich thematische Investments, auch wenn die Story dahinter immer sehr, sehr überzeugend klingt. Und rein wissenschaftlich gesehen ist das immer ein Ausschnitt aus dem gesamten Aktienuniversum und damit einem breit bestreuten globalen Aktienansatz zumindest immer wartungswert, also im Durchschnitt unterlegen, wenn man sich das Rendite-Risiko-Profil oder Verhältnis anschaut. Ansonsten wird hier noch gezeigt, dass bei den alternativen Investments, bei den Private Markets, vor allem, und das fand ich nochmal erwähnenswert, über Manager investiert wird. Das heißt, die wenigsten Family Offices sagen, ich weiß genau, wie ich bei Private Equity selbst investieren sollte, sondern es wird oftmals ausgelagert. Und bei unserem Video zum Thema alle Asset-Klassen oder was wurde in den letzten 10 Jahren aus 10.000 Euro, wo wir alle Asset-Klassen mal gezeigt haben, da war es eben auch eine Möglichkeit über sogenannte Investment Manager oder Plattformen zu investieren in Private Equity oder Venture Capital. Und das ist auch genau der Weg, den die Superreichen wählen. Da stellt sich natürlich die Anschlussfrage, welche Manager sind die besten? Da gibt es natürlich schon nochmal differenzierte Meinungen. Ja, das war mal ein kurzer Ritt. Durch den Family Office Report von Goldman Sachs kannst du es dir alles gerne nochmal im Detail und in Ruhe anschauen. In meinen Augen waren das zumindest die relevanten Fakten für uns Privatanleger. Zusammen befasst kann man sagen, Anleihen werden bei den Superreichen ebenfalls immer wichtiger. Sie verteilen die Anleihen auf 40% Staatsanleihen, 40% Unternehmensanleihen und 20%. Hochzinsanleihen, das entspricht ungefähr auch der Verteilung, die wir für den Bodensatz in unserem Vermögensplaner annehmen, wenn man ein ausbalanciertes Risikoprofil sich vornimmt. Die alternativen Investments werden im Gegensatz zu anderen regulierten Investoren gleichbleiben wichtig oder sollen sogar ausgebaut werden. Also Cash soll dort rein investiert werden. Wie du das machst, haben wir auch in dem letzten Video zum Thema Anlageklassen beleuchtet. Du kannst dir also gerne mal diese Plattformen anschauen, wie Liquid oder Moonfair. Cash wird wie gesagt reduziert, vor allem in Aktien und Anleihen und auch per Dequity investiert. Bei den Kryptowährungen ganz oder gar nicht. Das sollte man aus Überzeugung nutzen. Und nicht unbedingt, also Überzeugung auch, dass es natürlich langfristig eine hohe Rendite bringt, aber nicht auf den Stellen Profit aus sein. und ich würde sagen, aufpassen vor den ganzen Themen oder thematischen Investments, denn das ist in meinen Augen eher eine Marketingfalle. Deswegen würde ich hier auch, das ist immerhin von Goldman Sachs, ja, also die haben natürlich auch ein eigenes Interesse, solche Themen weiterhin zu pushen und möchten natürlich auch, dass man sieht, auch die Superreichen wenden sich diesen Themen zu. Ich wäre da vorsichtig. Ich würde von diesen Themen abraten. Ja, was nimmst du daraus mit? Kannst du was davon für deinen eigenen Investmentansatz mitnehmen? Hast du dich daran schon orientiert? Schreib es gerne mal unten in die Kommentare. Abonniere gerne unseren Kanal, um solche Infos zukünftig nicht zu verpassen. Und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Mach's gut.